Dann YouTube-Kacke, los geht's in 3, 2, 1, los! Wir haben es geschafft! Nein! Meister Yoda, glaubt ihr, dass es zu einem Krieg kommen wird? Hm, die dunkle Seite, mein Herz aufs Wärmste erfreut. Habt ihr schon eins gedacht, wer hinter dem Anschlag steckt? Es gibt Hinweise auf Hüter des Friedens. Wie wäre es mit jemandem, der euch vertraut ist? Einem alten Freund wie... Wie... Meister Kenobi. Yohanninobi. Yohanninobi. Oh Gott. Du wirkst etwas süß. Ich meine, du bist noch schöner geworden. Emmi, für mich wirst du immer der kleine Junge von Tatooine sein. Ich hasse sie! Ich bin froh, dass ihr hier seid, Meister Kenobi. Die Situation ist gefährlicher, als die Senatorin bereit ist zuzugeben. Ich brauche keine weiteren Wachleute. Ich brauche Antworten. Ich möchte wissen, wer mich töten will. Wir werden herausfinden, wer dich töten wollte, Padme. Das verspreche ich dir. Selbstverständlich dient dies nur dem Zweck, sie zu beschützen, Meister. Was? Wieso? Was? Ja, Meister. Deine Mutter ist dein Leben. Geh und finde sie. Was werdet ihr tun, Meister? Ich gehe. SAUPEN! Oh Mann, ey. OBI-WAN! Nächster, der Alte. Mann! Mann! Also, mein Freund, was kann ich für dich tun? Du kannst mir sagen, was das hier ist. Ich hätte gedacht, dass ihr jede mehr Respekt habt. Ich bin Anakin Skywalker. Ja, stimmt. Und Benjamin Blümchen. Und Benjamin Blümchen. Oh, und Lars. Oh, und Lars. Sars. Sars. Sars, komm. Meine Freundin Beru. Ru-ru-ru. Ru-ru-ru-ru. Ich bin Papa. Dann bist du wohl mein Stiefbruder. Hallo, oder? Klee-Glas. Sars. Sars. Schmimsch ist meine Frau. Wir sollten reingehen. Wir haben einiges zu reden. Bisschen lauter schreiben einige. Äh, lauter. Ich mache sofort lauter. Wir reden. Was? Diese Tasken bewegen sich wie Monster. Aber sie sind bösartige, blutrünstige Monster. Vier von uns verfolgten sie. Dreißig kamen wieder zurück. Ich wäre mit ihnen rausgegangen. Aber seitdem ich mein Bein verloren habe, kann ich nicht mehr deine Mutter reiten. Boah. Oh. Oh. Willst du es? Ich will meine Mutter finden. Oh, du siehst so gut aus. Mein Soße. Oh. Große, erwachsene Soße. Jetzt hast du mich erlöst. Eine ganz scheiße Stelle. Oh, wie sieht das aus? Diese Überdramaturgie. Oh. Oh, Yoda fühlst du aber auch, ne? Hast du es gesehen? Warne. Yoda hat es auch gefühlt, ne? Nein, ich greife ihn jetzt. Nein, Anakin, nein. Nein. Nein, es ist nicht, dass du es denkst. Oh. Gut gemacht. Das war es schon, ach so. Ja. Hat Anakin gut gemacht, ne? Ist ja schön reingelaufen. Angela Merkel gegen Detlef. Ihr kennt Detlef. Detlef ist los. Man kennt ihn. Oh nein. Es ist ganz scheiße. Aber es ist auch, hat eine hohe Like-List-Like-Ratio. Also es ist, äh. Das kommt verdammt gut an. Von Galilä. Ich kenne das tatsächlich nicht. Du kennst das nicht? Nein, ich kenne das nicht. Ach so, liebe Güte. Dann hast du was verpasst. Dein Leben wird ab jetzt ein anderes sein. So, jetzt nochmal. Fitnessfreaks, laufbegeisterte Dance-Fans. Dance-Fans. Hallo, hallo, wie geht's denn so? Ich freue mich ganz doll, dass wir wieder ein... Angela hat auf jeden Fall ein Poker-Fest auf, ne? Meine Damen und Herren. Ich habe mich entschieden, in die Politik zu gehen. Ich will dir heute eine Übung zeigen aus Body Change. Wenn ich Zeit habe, lese ich auch gerne ein gutes Buch. Also, seid ihr bereit? Fitness-Dance-Workout. Jetzt geht's los. Terrorismus, Armut, Hunger und Krankheiten. Oh, das ist schon... Oh nein, let's go. Ein Grundstein der deutschen Außenpolitik. Verpiss dich doch! Jetzt wollen wir richtig rein. Das Internet ist für uns... Oh, das weiß ich nicht, oder? Habe und Beine sind in Bewegung. Das weiß ich nicht, oder? Es gibt Leute um dich rum, die jeden Tag ihren scheiß Arsch bewegen, damit du vorwärtskommst. Wir sind ja durch eine sehr anstrengende Zeit gegangen. Dann ist das Fack nochmal eine totale Beleidigung. Nö. Nö. Der letzte Satz, dass du dich verpissen sollst. Dafür entschuldige ich mich. Ich möchte gerne erfahren, was sie unter gutem Leben verstehen. Dann sind wir hier deine Kandidaten, oder? Das weiß ich nicht, oder? Oh nein. Oh nein. Nein. Der darf nicht fehlen, ne? Der darf nicht fehlen. Das ist ein Klassiker. Das ist richtig angepisst, ne? Das sind Fragen, die kann man nicht mit einem einzigen Gesetz einfach beantworten. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Wir gehen heute über den schönen Rücken noch ein Stückchen herauf. Amt sieht es so aus, dass ich entweder in Ruhe Abend esse, vielleicht sogar selber etwas koche. So sollte eure Haltung sein. Und jetzt gehen wir mal auf den Boden. Oh nein. Oh nein. Auf den Boden. Auf den Boden. Auf den Boden. Wir legen. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Es gibt zwei Varianten, wie du in den Stütz gehen kannst. Aber es kommen Faktoren hinzu. Po-Muskulatur anspannen. Mach den Rücken möglichst gerade. Den Po nicht nach oben stehen lassen oder durchhängen. Hallo, Andreas. In einem Spiel hast du hier nichts zu suchen. Von der hochnedrigen Zicke lasse ich mir überhaupt nicht reinreden. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance in deinem Leben, Alter. Nein, nein, jetzt red ich. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Der arme Andreas. Und jetzt hier kriege ich hier nichts dran heute. Aus deiner Bedeutungslosigkeit hervorzutreten und erfolgreich zu werden. Halt, stopp! Egal, ob du hier wärst und dich. Weißt du was, das war ich jetzt morgen nicht so. Ganz kurz, entschuldige, wenn die Rasse sagt total aus. Weil für mich ist es kein Spiel. Weil ich setze mich jeden Sonntag hin und versuche euch zu werben. Ich stelle mich Montag mit euch hin und arbeite mit euch. Ich gebe mein Herz an euch, damit ihr weiterkommt. Und wenn du dann sagst, es ist ein Spiel, ist es nicht fair. Das ist mein Haustein. Wir führen den... Jut, okay, dann verpiss dich doch. Nein, das ist eine Schlauze! Du oberste Zicke! Au, au! Da darf deinem Bruder Pfeffer weg. Au, au! Du oberste Zicke! Boah, okay, das wollen wir jetzt mal nicht. Aber man muss sagen, es ist schon krass gemacht. Dahingehend, dass... Alter Schwede. Was sagst du dazu? Auf wessen Seite befindest du dich? Gott. Das war echt... Ich würde sagen, das war sehr intensiv. War sehr intensiv, ne? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Damit hast du echt nicht gerechnet. Ich würde sagen, das war sehr intensiv. 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 Untertitelung des ZDF, 2020